Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu The First Descendant. Ich habe ganz viele neue Informationen zum kommenden Update am 10.10. Natürlich nichts Offizielles. Offiziell haben wir von Nexon noch nichts gehört. Aber wenn wir da was hören, dann auf jeden Fall den Kanal abonnieren, um das nicht zu verpassen. Heute geht es um einen Data Mine aus Korea. Tatsächlich von einer koreanischen Seite habe ich den. Mit ein paar richtig wilden und coolen Informationen. Einerseits geht es um den neuen Boss. Wir wissen ja, der Deathstalker kommt am 10.10. wird eingeführt. Und wir wussten bislang nicht, A, wird er eine Riot Mechanic haben. B, wird er nur im Koop spielbar sein. Und ja, ich glaube, wenn wir den Data Mine glauben können, wird es so sein, dass er eine Riot Mechanic haben wird. Und dass er nur im Koop spielbar sein wird. Außerdem wird es sehr wahrscheinlich so sein, dass er der Boss sein wird von einem neuen Schwierigkeitsgrad. Weil sonst war es immer so, dass ein Boss entweder die Bezeichnung und Dateinamen T2 hatte für Normal, die Bosse, die ihr dort seht. Und einmal T3 für Bosse von Schwert, die ihr hier habt. Und beim Deathstalker ist das erste Mal, dass er die Bezeichnung V3 hat. Was dafür spricht, dass er sehr wahrscheinlich entweder hier quasi den höheren Schwierigkeitsgrad einläutet und deswegen T3 und V3 hat. Oder er hier raus, hier nichts vorkommt. Und wir einen dritten Punkt hier bekommen mit dem neuen Schwierigkeitsgrad. Wo dann der Deathstalker der erste Boss sein wird. Der Boss wird natürlich wie alle anderen Bosse auch wieder Minions hervorrufen. Wird aber weder eine Assel sein, noch so ein komischer Vogel. Sondern es werden wohl kleine Skelette sein. Da bin ich sehr gespannt, wie das Ganze aussieht. Und was ich auch extrem spannend finde ist, dass er wohl viele Schwächungen macht. Gift Erosion wird hier genannt. Und da bin ich gespannt, ob das wirklich sehr spielentscheidend ist. Und man sich darum kümmern muss, dass diese Debuffs entfernt werden. Beziehungsweise was dieser Debuff überhaupt macht. Gift Erosion klingt erstmal so, als würde man über Zeit Schaden bekommen. Oder vielleicht ist das ein Debuff, dass man weniger Schaden austeilt. Bin ich auf jeden Fall sehr gespannt, was Gift Erosion da am Ende macht. In dem Data Mining gibt es ein paar neue Skins. Die finde ich unfassbar witzig. Ich blende euch die einfach mal hier ein. Als allererstes einen Frock, einen Froschanzug für Walby. Also wenn sowohl die Pose als auch der Froschanzug wirklich so ins Spiel kommen, dann finde ich das echt ziemlich, ziemlich witzig. Den Froschanzug für Walby. Wir hatten einen Skin mit so einem Feuerwehrmann. Da wird es jetzt ein Rückentrophäe geben, die einen Feuerlöscher, ja, wird ein Feuerlöscher sein. Dann haben wir natürlich den Glay-Skin. Den hatte ich euch ja schon vorgestern gezeigt. Der war ja schon aus der Beta bekannt. Übrigens einige Beta-Skins feiern hier ihr Comeback. Sehr wahrscheinlich werden viele Beta-Skins jetzt im nächsten Update dazu kommen. Unter anderem auch Ajax, die letzte Bastion. Unter anderem auch ein Ultimate-Skin für Viesa, der nur für die Ultimate-Variante verfügbar ist. Übrigens, ich habe nicht für alle Skins Bilder hier vorrätig. Es waren noch mehr Skins genannt, aber ich zeige euch natürlich nur die mit den Bildern. Hier einmal für Kyle. Und dann noch eine ganz wichtige oder ganz interessante Sache. Bei Ultimate Frayner scheint es so zu sein, als wäre die Passive eine andere als bei der normalen Frayner. Es kann natürlich Datamining einfach ein Fehler sein, weil ich es mir irgendwie nicht so ganz vorstellen kann. Weil normalerweise ist die passive Fertigkeit immer genau gleich bei der normalen Version des Characters, wie auch bei der Ultimate-Version des Characters. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass sie anders ist. Aber Data meint, oh, es könnte sein, dass die Passive anders ist, als bei der Frayner, die wir aktuell schon haben. Außerdem wurde gemeint, welche beiden roten Module für Ultimate-Frayner rauskommen werden. Wir wissen leider nicht, was sie machen. Aber zumindest den Namen haben wir. Einmal Korrosion und einmal Poison Evoke. Ja, weiß man nicht genau, was das bedeuten soll. Verursacht wohl Toxizität. Ja, kann ich mir leider nichts darunter vorstellen. Ja, schreibt mal eure Theorie unten in die Kommentare, was ihr meint. Korrosion klingt so ein bisschen wie das, was der Boss, der Deathstalker macht. Gift Erosion und dann nochmal Poison Evoke. Na, bin ich sehr gespannt, was das damit zu tun hat. Es wurde gemeint, was die beiden roten Module für Hayley machen könnten. Zumindest mal haben wir schon mal zwei Symbole. Und das erste Symbol ist, glaube ich, obvious die erste Attacke. Und das zweite Symbol ist entweder die Ult oder die zweite Attacke. Schreibt mal eure Theorie in die Kommentare. Wegen dem Zielkreis würde ich fast sagen, es handelt sich hierbei um die Ultimate-Attacke. Und auch wenn wir uns das Symbol hier einmal bei Hayley anschauen, da haben wir ja die Waffe und dann einfach noch das Zeichen mit dazu. Also ich gehe mal ganz stark davon aus, dass beide rote Module hier für die erste und die vierte Attacke sein werden. Ja, und dann noch eine ganz kleine Kleinigkeit zu Eta 0, zu dem Trading. Da wissen wir noch nichts genaueres, aber es gibt zwei interessante Bilder. Einmal so ein kleines Logo-Icon für das Trading. Da sieht man schon Dreieck für Kreis. Also das spricht ja schon Bände. Und dann noch ein zweites Foto mit Albion Headquarters Trade System System Start to Trade. Sieht eigentlich eher aus, als würde man irgendwie einen Computer benutzen. Das spricht ein bisschen gegen meine Theorie, dass es reiner ist. Aber ja, lassen wir uns da auf jeden Fall mal überraschen. Im Data Mine sind auch noch die Herausforderungen für die ganzen nächsten Wochen. Das überspringe ich mal, weil das finde ich ehrlich gesagt selber nicht so spannend. Und ja, das war alles aus dem Data Mine. Neue Informationen zum Boss, neue Informationen zu den Modulen, neue Skins. Oh mein Gott, ich habe übel, übel Bock. Am 10.10. ist soweit, wenn ihr da nichts verfassen wollt. Wie gesagt, auf jeden Fall ein Follow da lassen, würde ich mich sehr freuen. Ein Like auf dem Video und schreibt mir gerne eure Meinung unten in den Kommentaren. Was glaubt ihr, wird mit den beiden Fähigkeiten von Hayley geändert? Sowohl mit Fähigkeit 1 als auch mit Fähigkeit 4. Da bin ich auch sehr gespannt. Also Fähigkeit 4 kann natürlich extrem, extrem krass werden. Das macht ja jetzt schon unfassbar viel Schaden. Da bin ich ultra gespannt, was sie da ändern werden. Target confirmed.